So, auf den nächsten Programmpunkt freue ich mich ganz besonders. Showballett. Sie haben jedes Jahr ein neues Programm und Sie sind jedes Jahr aufs Neue spitzenmäßig. Das Stück, zu dem Sie heute tanzen, hat der Trainer Hube Eckert auf einem Wettbewerb gehört und er hat vielleicht das richtige Gespür gehabt. Er hat die Musik gehört und gespürt, da lässt sich was draus machen. Davon können Sie sich jetzt überzeugen, denn er hat recht. Hier ist das Showballett des Karnevalvereins Freie Weinheim mit einem Taco, der es in sich hat. Das Showballett des Karnevalvereins Freie Weinheim mit einem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020